Die Agrar- und Ernährungswirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr zu einer globalisierten Branche mit Rohstoff- und Absatzmärkten in der ganzen Welt entwickelt. Gleichzeitig verzieht sich in der industrialisierten Welt ein Wertewandel, bei dem Themen wie Klimaschutz, Umweltschutz, Tierwohl und Gesundheit immer wichtiger werden und den die Agrar- und Ernährungswirtschaft nicht ignorieren kann. Wie können Unternehmen strategisch auf diese Veränderungen reagieren und am Markt erfolgreich bleiben? Diese und weitere Fragen werden in unserem neuen MBA-Studiengang Eco-Business behandelt. Wir untersuchen mit ihnen zum Beispiel, wie die internationalen Agrarmärkte funktionieren, welche Besonderheiten das Eco-Business in Asien hat und was Lieferketten im Bereich Agrar und Ernährung auszeichnet. Sie lernen, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen, ihr Finanz- und Personalmanagement im Blick zu behalten, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren und gezieltes Marketing zu betreiben. Der Studiengang richtet sich gezielt an Fach- und Führungskräfte der Agrar- und Ernährungswirtschaft, die sich auf zukünftige berufliche Herausforderungen vorbereiten möchten. In fünf Semestern erwerben sie fundiertes ökonomisches Wissen und Managementkenntnisse speziell auf das Eco-Business zugeschnitten. Der MBA-Studiengang wird im Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung der Fakultät für Agrarwissenschaften der Uni Göttingen entwickelt. Die Dozenten sind Professorinnen und Professoren der Universität und Fachleute aus der Praxis. Die Uni Göttingen gehört zu den Top 100 Universitäten der Welt. Das Department für Agrarökonomie ist deutschlandweit seit Jahren führend. Der MBA-Agro-Business ist als Fernstudiengang aufgebaut, der E-Learning-Angebote mit Präsenzwochenenden in Göttingen kombiniert. Sie werden die wissenschaftlichen Grundlagen anhand eigens für den Studiengang erstellter, hochwertiger Materialien, zeitlich und örtlich unabhängig am eigenen Computer. In jedem Semester können flexibel bis zu drei unserer jeweils sieben Wochen dauernden Module studiert werden. So wollen wir Berufstätigen in den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitssituationen die Teilnahme an unserem Studiengang ermöglichen. Mein Name ist Niklas Just, ich bin studierter Agrarökonom und arbeite jetzt seit drei Jahren in einem international tätigen Unternehmen als Analyst im Agribusiness. Ich hoffe mir von dem Studium noch tiefer in die Materie einsteigen zu können, um meine beruflichen Chancen zu verbessern. Der MBA-Studiengang Agribusiness erlaubt es Ihnen, Ihren nächsten Karriereschritt in der Agrar- und Ernährungswirtschaft vorzubereiten. Wir würden uns sehr freuen, Sie in unserem Studiengang begrüßen zu können. Amen. Amen. Amen.